So, da sind wir wieder bei einer weiteren Runde Outlast. Übers Wochenende kamen keine Videos, es lag daran, dass mein Bootmanager auf einmal nicht mehr wollte. Eines Tages macht man PC an und nichts mehr geht. Mit der Folge, dass einfach alle Sachen weg sind. Also auch Spielstände. Ich habe jetzt bis hier zu dem Punkt, wo wir aufgehört haben, nochmal vorgespielt. War eine ganz schöne Qual. Das gleiche muss ich mit Amnesia machen. Ähm, bei beiden habe ich jetzt schon so ungefähr 4 Stunden Spielzeit gehabt. Also es ist nicht gerade wenig. Dementsprechend kommt heute, kam heute leider kein Amnesia. Es sollte so ein, ja so ein Trostding ins kommen, aber die GEMA hat was dagegen. Naja, jetzt machen wir einfach Outlast. Und wie gesagt, machen an der Stelle weiter, wo wir aufgehört haben. Sind jetzt rausgekommen. Upsala. Und gehen jetzt weiter. Es ist gewittert. Okay, hier ist abgeschlossen. Die Batterie ist alle. Wir haben vielleicht ein bisschen anderen Batteriestand, ne. Wie gesagt, musste alles nochmal neu spielen. Ich denke auch, ich habe nicht alle... Kollege, mach mal auf hier. Ich denke mal, ich habe auch nicht alle Notizen... Äh... Eingesammelt. Die ich bis dato eingesammelt hatte. Habe aber lustigerweise noch was entdeckt. Okay, hier kann ich nicht lang, wa? Hier kann ich nicht lang. Ich soll, ich soll, äh, diesen Priester finden. Und man sieht hier so viel. Das heißt, es ist richtig einfach. Gott sei Dank. Sonst wäre das... Ja... Alter, Leute! Komm, anscheinend näher. Wow, jetzt geht's aber ab. Meine Fresse. Da ist ein Holzschuppen oder so. Kann man hier rein? Oh ja. Guck mal, da ist ein Schlüssel. Für den... Wartungsschuppen. Ich schätze mal... Hehe. Jetzt ist hier bestimmt irgendwas unterwegs. Ei, 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 ei. Das ist so ein übles Szenario grad. Ich habe auch gar keine Lust schon wieder. Moment, für was haben wir jetzt den Schlüssel? Den Schlüssel für den Wartungsschuppen. Ja, das da ist doch der Wartungsschuppen, oder? Das Ding ist immer, wenn ich Sachen aufnehme, passiert was. Das ist in jedem Horrorspiel so. Und deswegen bin ich da erstmal rausgesprintet. Und ich... Habe auch den Eindruck, dass... Ach, scheiß doch drauf. Wir gehen einfach mal weiter. Was soll schon passieren? Ah, die Batterie ist schon wieder alle. Okay, also wir haben auch ein bisschen Zeitdruck. Ei, ei, ei. Wir gehen einfach nochmal rein. Komm. Gönnen wir uns. Jetzt die Frage. Guck mal, da ist eine Batterie. Das ist auch gut. Aber hier ist sonst nichts. Ja, dann gehen wir... Wir folgen hier mal dem Weg. Wir folgen mal dem Weg, Freunde. Zum Brunnen. Ah, das wird so schön. Ich habe das Gefühl, das ist nicht gut. Jetzt muss ich kurz nachladen. Alter, was geht denn hier draußen ab? Oh, da ist wer? Ne, der ist tot. So, da war ich vorhin. Vielleicht haben wir jetzt einen Schlüssel, ne? Hierfür. How alive are you? How alive are you? Man, oder so. Hier. Hier sind wir richtig. Joioioio. So, dann machen wir mal auf die gute Stube. Ich komme jetzt rein, Jacqueline. Ich hoffe, Jacqueline ist hier nicht. Alter. Was ist da hinten? Hier ist ein Regal. Vielleicht sind da Batterien. Ah, das ist hier alles wieder... Schön. Schön ist das hier. So. Noch eine Tür. Und noch eine Tür. Aber ich soll ihn doch draußen treffen. No! Was? Was war das? Und da war wieder so ein schöner Frauengesang. Notizen. Das Ding im Dunkeln. Gott, steh mir bei. Ich glaube, ich habe den Wallrider gesehen. Jetzt wird es langsam interessant. Kann das Vieh... Ist es weg? Wall-E, bist du noch hier? Wall-E. Ich nenne jetzt Wall-E. Oh, Batterien schon wieder alle. Ach du Scheiße. Ich lade noch nicht nach. Wir brauchen Batterien. Äh, wen sollen wir finden? Vater Martin? Sind sie da draußen? Hallo? Ich bin der Max. Okay, jetzt müssen wir... Ach, guck mal, da ist eine Leiter. Da klettern wir direkt mal hoch. Scheiß drauf, was... Okay. Ich kann mal kurz sehen, was es hier noch gibt. Da geht es noch lang? Nee. Und da... Ach, Scheiß drauf. Wir gehen jetzt hier hoch. Hier müssen wir eh hoch. So. Aufs Dach. Natürlich. Nur wenn ihr mir sagt, ich soll ihn draußen treffen, kletter ich auf irgendein Dach. Wo ist gar nicht mal so... ...ne schlechte Idee, glaube ich. Ich sehe nichts. Aha. Aha. So, so. Ah. Ach so, das ist nur, damit man... Okay, da muss ich springen. Achtung. Jawohl. So, jetzt. Bin ich ja gespannt, wie das hier weitergeht. Ach du. Es hat jetzt ein bisschen was Adventure-mäßiges. Ist ja ein Abenteuer hier draußen. Das ist ja... Hui. Ah, Jump'n'Run ist das hier. So, was haben wir hier? Das erinnert mich wie im ersten Part. Da musste man auch ein bisschen klettern. Ach ja, genau. Hier muss man jetzt... Ja. Schön. Schön. Schön langsam. Haben wir sicher. Ach du Scheiße. Das zieht aber... Okay. Ja. Ja. Geschafft. So, und jetzt? Aha. Da kann ich dann hochklettern. Oder wie ist das? Hehe. Da geh ich... Da ist ne Tür. Oder da hoch. Dann geh ich mal in die Tür. Aber der Typ... Spring mich nicht an, Otto! Danke. Ah, die ist abgeschlossen. Also da hoch. Liegt hier noch irgendwo ne Batterie rum oder so? Weil wird langsam wieder knapp, ne? Kennen wir ja. Was? Was machst du denn? Kollege, ey. Kollege. So. Das ist wie ein sehr dunkler Abschnitt. Speichert. Das ist nicht gut. Da ist ne zu genagelte Tür. Ah, jetzt sind wir da, wo... Genau. Guck. Da hinten sind die beiden Gitterpforten, wo ich nicht durch konnte. Und da ist ein Licht. Das heißt, dass der Vater... Muss hier raus? Ach, ne. Doch nicht. Äh, wer war das grad? Ich dachte grad, das Licht wäre die Taschenlampe von Vater Martin. Weil im letzten Part... Hatte er doch so ne schöne Taschenlampe. Wer muss hier raus? Bitte... Geben Sie sich zu erkennen! Bitte! Geben Sie sich... Woher wissen Sie das? Was? Rede normal mit mir. Oder rede gar nicht. Ja, ich, äh... Verschwende hier grad Batterien. Okay. Ich kann seinen Geist sehen. Wer redet hier? Ah, natürlich geht es nicht. Ah, komm. Leck mir doch die Poperze jetzt. Ach, du. Psst. Sei ruhig. Damit machst du Leuten Angst bei so einem Wetter. Geh doch rein. Zieh dir was an. Alter, hier ist ne Menge Blut. Irgendwie liegen hier überall Polizeileichen rum. Ich frag mich, wieso. Oh. Das ist ja noch eine. Was ist denn los mit den Polizisten? Eieieiei. Ich warte irgendwann nochmal, dass so ein Typ aufsteht. So, muss ich lang. Hier war ne Tür, oder? Ne, ist aber zugenagelt. Ach, ne, hier? Ne. Hm. Hier lang? Was machst du da? Strülzt du, oder? Da ist ne Batterie. Und nen Zettel, oder? Den kann ich nicht aufnehmen. So. Na, haben wir wieder vier. Ja, aber... Okay, ich weiß nicht, wo lang. Hier ist definitiv zu. Ne? Ich hab hier dran rumgeklickt. Geht nichts. Und hier? Ja, ich muss wieder nachladen. Schöne Scheiße. Wir... tapern hier echt im Dunkeln rum. Ach, hier! Hier durch. Warum springt der jetzt wieder runter? Tja. Oh, oh. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh, auf einmal ist hier ein Fels. Dahin geht der Dicke. Oh no. No Jacqueline, no. Hier rein. Irgendwie höre ich ihn näher kommen. Alter, schnuppert der mich? Schnuppert Jacqueline mich? Hier hoch. Hier hoch. Go, go, go. Du kannst es, du kannst es schaffen. Oh. Ich glaub... Ich glaub... Jetzt haben wir's. Oh. Das wär's jetzt noch geworden, ey. Jacqueline im Vorgarten. Meine Fresse. Ich weiß... Keine Ahnung, wo wir sind. Ey, wir können mal auf den Blitz warten und gucken, ob wir ihn finden. Achtung. Nee. Vielleicht ein bisschen mehr noch da. Könnt ihr ja mal Stopp machen, wenn ein Blitz kommt. Ich kann das ja nicht. Nee, ich seh ihn nicht. Aber vielleicht habt ihr ihn gesehen. Ganz creepy so. Das wär ganz schön cool. Ach, ganz schön cool. So. Ich seh wieder mal nichts. Eieieieieiei. So, und jetzt? Das war's noch nicht mit Jacqueline, weil jetzt muss ich hier runter. Und wo lang? Oh, der kommt wieder. Scheiß drauf. Muss ich jetzt hier springen, oder mache ich dann jetzt einen Fehler? Ey, die scheiß Batterien auch, ne? Steht euch mal vor, wir haben ja keine Batterien mehr. Okay, ich muss jetzt hier runter. Oh, 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 oh. So. Hier sehen wir wieder sehr viel. Hier ist irgendwie so ein, genau, so ein Garten, äh, wie nennt man das? Diese sechs- oder achteckigen, ach du Scheiße. Ich geh hier mal drauf. Und ein paar Bänke. Ich seh nichts. Genauso wenig wie ihr. Keine Chance. Hier geht's hoch? Ne. Ach, hier bin ich runtergesprungen? Gut. Ich geh an der Wand lang, wie immer. Das ist die beste, beste Taktik bei so'n... Oh, la, la, la. Bei so'n Spiel. Schön, ne? So. Stromkasten oder was das war. Noch ne Mauer. Hat mich bisher gut vorangebracht, immer an der Wand zu gehen, oder? Guck mal, da hin geht's weiter eventuell. Ja, 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 ja. Hier geht's weiter. Wow! Wow! Ach, du dicke Mutter! Da war Jacqueline. Ah, ich lauf dir in die Arme, ich bin so gut. Oh! Oh! Jacqueline! Was du mir für Sachen machst mit mir. Finde Vater Martin. Finde Vater Martin. Scheiße! Ist er weg? Oh! Oh! Oh, der Schreck auf die... auf den Schluss hier, ne? Ja, denn ich mein's hier ein Cut. Bis zum nächsten Part. Bis dann.